Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance und einer weiteren Part. Ich danke denen, die letztes Mal schon den Part geliked haben und vielleicht was Nettes geschrieben haben. Willkommen zurück, freut mich, dass ihr wieder da seid. Ja, so, jetzt sagen wir machen gleich mal weiter mit unserer Erkundung, beziehungsweise unserer Ermittlung hier. Denn wir haben immer noch die Mörder zu fassen. Und dafür muss ich jetzt diese ganzen Minenschächte durchsuchen, weil Kinex Sohn, der Stinker, der könnte sich hier irgendwo aufhalten. Oh, und da ist noch ein Questgeber. Und, ja, mal sehen, vielleicht finden wir ihn. Und können dann vielleicht die ganze Sache ein bisschen beleuchten, denn wir wollen immer noch wissen, ob es dieser große Hühne ist, der uns das Schwert abgenommen hat, der hier alles zu verantworten hat, warum auch immer. Warum die jetzt hier marodieren und die ganzen, die ganzen Dörfer ausrauben von dem, was halt noch übrig ist. Was der König zurückgelassen hat. Ich bin gespannt, was der zu sagen hat, wenn wir ihn finden, ob ich den vielleicht den Hals retten kann, weil sein Vater wäre, glaube ich, sehr froh darüber. Ich meine, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt ans Messer liefern oder gleich töten. Es kommt drauf an, wie er reagiert. Gut. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich jetzt 24 Stunden lang Leute bespaßt habe am Stück. Und ich glaube, da sind wir schon am ersten. Aber wird schon passen, oder? Nee, hier sieht es nicht so aus. Oh, schönen Pilze. Gut, gut. Nee, also hier ist das nicht. Ich hätte nicht eben irgendwo eine Einbeere gesehen. Zum Anhalten. Nee, ist auch egal. Komm. Ach, warte mal. Ich habe hier noch eine Aufgabe in der Nähe. Oh, und die Karte Nummer 1. Ich habe euch ja gesagt, die Karte Nummer 1 sei an der Ledetschkoer Mühle. Das stimmt leider nicht ganz. Die ist nämlich hier an der Mühle. Zwischen Ledetschko und Sasau. Hier, was ist das denn? Äh, Plünderer. Banditen haben sich in der Gegend um Rathai niedergelassen und plündern die Region. Auf sie ist ein großzügiges Kopfgeld ausgesetzt. Ja, das hole ich mir doch gleich ab, oder? Also, nachdem ich die Kerle erledigt habe, versteht sich. Ja! Ja, ach du, Riechen. Mal sehen, wie es klappt. Die werden ja natürlich auch mal ein bisschen stärker, vermute ich jetzt mal. Und das letzte Banditenlager, das ich bei Rathai auseinandergenommen habe, das war jetzt auch nicht... Warte mal, das kenne ich doch, das Lager. Da habe ich doch die Amseln gefangen vor ein paar Parts, oder? Ja, irgendwie schon. Oh, ich glaube wirklich, das ist das Lager, ja. Moment, wird hier stehen. Dann würde ich sagen... Äh, für ein besserer Wundpfeil habe ich nur einen von... Oh, was habe ich jetzt? Nein. Verdammt. Unfall. Dann würde ich mal mit... Was habe ich jetzt abgelegt bei den Waffen? Ah, Mann. Ich habe mein Schwert noch. Oh, war mal den Kriegshammer mit Dornen? Lege ich mal weg. Den Jagd... Die Jagdpfeiler habe ich geklaut. Jeder geklaut? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich klaue doch nie. Nie klaue ich hier. Nee, Tatsache. Das ist das Lager, das ich schon mal ausgelöscht habe. Guck mal hier. Das ist das. Retterschnaps habe ich eigentlich nur. Äh, sechs Stück. Oh gut, ich habe ja welche gemacht. Das passt schon. Ach ja, übrigens der Patch, von dem ich erzählt habe, der ist jetzt schon aktiv, dass man... Habe ich damals schon gesagt, dass man jetzt einfach nur das Spiel beenden kann und dann wird es gespeichert. Aber es ist halt kein... Oh, oh. Quick Save. Das ist kein Quick Save. Zu den Waffen! Hier rüber! Darf ich zu schreien jetzt? Alarm! Was ist hier los? Oh, kacke. Hey, wer ist da? Oh, der ist ja nackt. Hrrr. Gerade wollte ich... Sehr, das hat Rüstung bitte angezogen. Zu den Waffen! Hier rüber! Hehe. Hey, ihr alle! Hier ist alle! Was sagt man da? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank! Ja, ist gut. Hier drüben! Wo sind alle? Zwöl! Oh, die schlagen jetzt. Das ist mein Pferd. Mehr hast du nicht drauf! Doch, habe ich. Zu den Waffen! Hier rüber! Hey. Oh, da kommt gleich meine Rüstung, ja? Das nennst du kämpfen? Lass ihn nicht kämpfen. Oh, der ist schon tot. Oh, schön. Der hat erst mal doppelt durchstechen müssen. Ist er schon am fliehen, oder was? Oh, die Sporen, das man sieht, ne? Hey. Oha. Das ist alles ziemlich kaputt. Und ich habe mir gesagt, ich soll am besten immer die Waffen mit aufheben. Was ist denn seine Waffe? Hey, Freundchen. Wo ist seine Waffe? Er hat ein Langschwert, das habe ich gesehen. Ich sehe es jetzt gerade nicht, das hole ich mir dann. Ich werde ein Schild, die Knüppel, das brauche ich jetzt nicht. Oh, ein kleines Rüstungswert ist da auch dabei. Sehr gut. Schlag deinen Arm. Sei vorsichtig. Oh, nee. Jetzt werde ich auch mal stehen bleiben. Zu den Waffen. Hier rüber. Oh, der ist tot. Okay. Was ist der eine, der weggelaufen ist? Da ist noch einer. Okay, das ist der. Okay, krass. Ist der verblutet? Also er zurückkam? Ja gut, zumindest soll er seine Waffe nicht mal mehr mitgenommen. Da ist nicht so viel wert. Warum kann ich hier wieder keine Ohren abschneiden? Ich verstehe das nicht. Hm. Nee, die brauche ich nicht. Keine Haselnusspunkte. Es gibt irgendwie gar nicht mehr so viel, das ganze Zeug. Könnte das sein? Habt ihr denn noch was Schönes? Nee, das war's eigentlich schon. Alles, was ich schon mal geplündert hatte hier, ist jetzt halt wieder aufgefüllt. Außer die Kiste, leider. Na gut, aber ja, die waren jetzt schon ein bisschen stärker und besser bewaffnet, aber irgendwie, ja, durch meine feige Bogen-Taktik ist alles hier machbar. Das ist ein Schwert jetzt, Kerl. Hab ich da nicht aufgesammelt, oder? Das wüsste ich. So, und ich beglüge mich mit Baldrian. Oh, das Schwert, das Longhi, das ist halt auch eine super Waffe, muss man sagen. Ne, ich find's leider nicht. Da ist es doch. Verdietenschwert. Okay, dann war das. Aber leider haben wir Stinker nicht gefunden. Ähm. Würde ich sagen, wir gehen mal wieder zurück hier. Das ist, glaube ich, das Vernünftigste. Das geht am schnellsten. Nach Ledetschko. Ja, wie gesagt, die eine Karte zwischen der Mühle, also die Mühle zwischen Ledetschko und Sarsau, da will ich ja sowieso irgendwann hinten nach Sarsau wieder. Andererseits, ich könnte eigentlich auch alles abklappern. Und es gibt ja überall was zu tun. Das ist das Schöne hier ran. Ach, ist das schön. Aber mal gucken, was mich halt hin verschlägt. Ich will jetzt nicht schon vorher eine Frichtung festlegen, die ich sowieso nicht einhalte. Vorsicht, Freunde. Ich bin im Auftrag von Herrn Ratzig unterwegs. Oder beziehungsweise Herrn Hanusch mittlerweile. Ich bin ja aufgestiegen, wenn man so will. Und ich glaube, die beiden, die geben sich nicht viel. Guck mal, das Pferd, das rät hier einfach mal den steilen Berg rauf. Pferde sind der Wahnsinn, was die an Ausdauer haben. Oh, warte, komm ich langsam in die Richtung vielleicht. Was ist das denn? Aber hier. Ich denke jetzt auszusehen, oh, auszusehen schon wieder einen Schatz gefunden habe. Lass nicht stehlen. Das war ein Schatz. Edle, dunkle Schuhe, furchtlos. Wer auch immer furchtlos in die Schlacht führt, lässt vor allem, lässt vor dem Kampf alle Ängste fahren. Ein robustes Langschwert, das sogar Felsen entzweigen könnte. Diese Klinge übersetzt, übersteht auch einen rabiaten Kampfstil, aber ihren Angriffsschaden, was? Aber ihre Angriffseigenschaften sind ein wenig eingeschränkt. Das ist voll schlecht. Ich bin Zweihand, äh gut, das ist ein Langschwert, aber Glücksträdenwürfel. Das habe ich schon. Habe ich mir das nicht gekauft, das Lazzos Elixier? Ich wüsste halt jetzt echt gerne, welcher Schatz das war, dass ich mir den vielleicht mal abstreichen kann. Und habe ich auch noch nicht gelernt. Habe ich alle noch nicht gelernt, die Rezepte. Dann sehen wir mal an. Gut. Ja, wie gesagt, Schatz entdeckt, ich weiß nicht welcher. Aber krass, das ist einfach mal so, obwohl ich jetzt die Mine hier suchen wollte. Den dritten Minenstollen. So, ist es denn? Äh, da. Irgendwo. Er sagt auch, ich soll aufpassen, weil überall könnten eigentlich Löcher sein, in die man reinfallen kann, in die alten Minenstollen. Da ist er. So, das hier auf jeden Fall. Oh ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Da sind Fälle gespannt. Kann ich nochmal speichern. Nee, komm, das reicht. Ja, eindeutig. Also hier ist Stinker bestimmt. Oh. Oh, ich dachte schon, das wäre Blut. Okay, es ist Blut. Boah. Der hat hier das Wild auf jeden Fall geschlachtet. Oder ist er? Ey, Stinker. Darf man speichern? Okay, wusst. Das interessiert ihn gar nicht, dass ich jetzt hier rumlaufe. Ich meine, immerhin ist das Wilderei, was der hier betreibt. Das ist auf jeden Fall Todesstrafe, oder? Aber ihm geht es nicht so gut, glaube ich. Ah, Gnade. Na, verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Warte mal, was ist mit ihm los? Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts, Leute. Neuhof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten nie, niemanden töten. Aber sie haben, das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. Er war noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel, Timmy. Er war dort. Aber sie, vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Marriott. Wenn er noch lebt. Ich glaube ehrlich gesagt, er wird sterben. Der hört sich nicht sehr gut an. Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir. Bitte. Boah, ich weiß nicht. Es geht ja nichts. Aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins Nächste. Bitte. Bitte was? Soll ich ihn jetzt... Soll ich ihm den Gnadestoß verpassen? Soll ich ihn einfach da liegen lassen? Das kann ich da auch nicht machen, oder? Ich darf nur uns speichern. Ich finde, dass er jetzt immer da steht, übrigens. Mann, komm, ich kann ihn doch nicht einfach hier verrotten lassen. Kann ich den nicht beerdigen irgendwo? Vielleicht ein Lochgraben hier draußen? Nee Leute, also das ist ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schade jetzt. Ich kann halt nichts machen. Jetzt kann ich nur noch seinem arben Vater davon berichten, dass sein Sohn gestorben ist. Dass ich den umgebracht habe. Was solltest du machen? Ich muss eigentlich bald ins Bettchen. Ich muss eigentlich bald ins Bettchen. Aber... Ich glaube, ich sollte seinem Vater noch davon berichten, bevor ich das mache. Außerdem kann ich mich noch im Gasthaus einquartieren. Da habe ich nämlich schon bezahlt, glaube ich, für die Nacht. Na, ist traurig, oder? Ist echt traurig. Also da war jetzt gute Absicht... Was? Was denn? Da war gute Absicht jetzt... Nur gute Absicht. Ich konnte nichts machen. Also ich wollte ihm ja helfen. Vielleicht... Dass er die ganze Sache irgendwie übersteht, dass es milder ausfällt. Aber jetzt... Ja. Höre Gewalt. Aber was treibt die dazu, dass die einfach mal dieses... Dieses Gestüt überfallen und alle umbringen? Ich meine, was haben die da für einen Grund zu? Er sagt ja, das war eine Schlachtbank. Und ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, die Leute, die wir jetzt kennengelernt haben von der Bande quasi... Die ehemaligen Totenmitglieder... Dass die sowas machen, weil das ist ja echt ein bisschen... Bisschen sehr heftig gewesen, oder? Sag bloß, ihr seid schon wieder am Pennen da drin, hä? Ich wollte ihm gerne noch Bescheid geben, aber dann gehe ich jetzt erst mal schlafen, glaube ich. Und ich lese noch ein schönes Buch dabei. Schlagen wir noch gleichzeitig Zeit tot und bilden uns weiter. Ja gut, da wird es wohl noch mehr hier jetzt gehen. Aber ich will auf jeden Fall erst noch bei Sasau vorbei. Ganz kurz noch mal ins Kloster reinschauen. Oh, warte, da bin ich zu früh. Und... Noch ein paar Karten besorgen. Ja, es gibt noch eine Menge Karten im Kloster, habe ich ja schon erzählt. Vier oder fünf Stück müssten es sein. Oh, da gibt es... Oh, nee, das war die Schenke. Ich dachte, da gibt es eine Quest wieder. Guten Tag, wie kann ich helfen? Hast du ein Bett für die Nacht? Ja, hier ist noch... Für wie lange? Nur die... Ja, komm. Hier. Habe ich die schon bezahlt? Ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß nicht, weil ich der Mann, ich hätte schon bezahlt. Aber gut, da ist das halt nicht so. So. Schlafen und speichern. Ja, das haben sie jetzt neu dazu. Dass man immer die Absicht oder beziehungsweise das, was man da tut, auch sieht. Da kann ich nicht. Agilität habe ich noch nicht so hoch. Messer scharf. Oh, das könnten wir lesen vielleicht, ha? Dann haben wir... Oh, das geht ja flott. Zwei Stunden, dann haben wir es beinnerlicht. Na gut, dass ich das geskillt habe. 150% Komfort haben wir hier. Was ist das für ein Bett? Das ist doch auch nur Stroh. Das höchste, was ich hatte, glaube ich, war 80% bisher. So, perfekt. Ach, das war nur für lesen. Okay. Was haben wir noch? Schattenspiel. Können wir nicht. Das ist alles viel zu hoch. Wofahrt der Tschech. Ich möchte jetzt nicht lesen, weil ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen übernächtigt. Aber das hier können wir vielleicht was jagen. Ach nein, wir haben nur vier, glaube ich, ne? Jagen hatten wir nur vier. Na gut, dann schlafe ich. So. Wenn der Vater bis dahin nicht wach ist, dann tut es mir echt leid. Aber ich will ihm auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber schon komisch. Die Leute hier, die sind um 20 Uhr auf jeden Fall alle schon in der Wohnung abgeschlossen. In ihrem Haus. Und dann morgens in aller Früh geht es ja wieder los. Da ist noch ein bisschen anderes. Da sind noch ein bisschen andere Gewohnheiten, was aufstehen und schlafen gehen angeht. So, super. Das ist super. Eigentlich fühle ich mich gar nicht so gut dabei jetzt, dass ich dem Vater sagen soll, dass sein Sohn tot ist. Er hat ja schon gesagt, er weiß, dass irgendwann am Trick endet, der Junge. So, was zum Mampfen, kann ich mich einfach mal bedienen jetzt? Wahrscheinlich, ja? Guck mal, in der Schrankstube da pennen sie einfach. Ist ja alles inklusive, ne? Ich habe ja Halbpension gebucht. Für zwei Kronen ist schon ein Spottpreiser. Weiß gar nicht, ob ich Melio jetzt, ob ich da Probleme kriege, wenn ich da jetzt einfach so auftauche, weil ich habe letztes Mal ganz schön geklaut. In Melio jetzt. Ja, das schon, ne. Ist gar nichts. Ich dachte, da wäre schon der Vater. Ich warte mal kurz. Ja, ein paar Stündchen, ne? Wie gesagt, die sind ja recht fit eigentlich in der Regel. So. Ja. Und sonst, wie geht's euch? Habt ihr einen schönen Sonntag? Ah. Ist immer noch nicht da. Hm, warte mal. Ich könnte vielleicht mal hier die Kiste knacken. Die ist, glaube ich, noch verschlossen. Ja. Das ist aber bestimmt auch nicht wirklich was. Ja, dachte ich mir schon. Hallo? Sollt ihr jetzt schon wach? Mein Feuer brennt ja schon mal. Mann. Der schmiedt schon hier. Ne, der macht nur nix. Warum heißt es die Händlerin? Ich könnte stehen bei ihr. Ja, komm jetzt. Kinder, ich will dich den ganzen Tag hier verplempern. Ich hab noch viel vor. Ich muss unbedingt noch nach Sasau. Und ich weiß nicht, wie lange ich da jetzt rumwuseln werde, bis ich jetzt eigentlich so alles habe, was ich möchte. Schreibt mir doch mal, soll ich den Commanden eigentlich befreien aus der Mühle? Ihr wisst ja den, den ich von der Ewigkeit durch die Quest vermasselt habe, weil ich da gesagt habe, Pio, ich will mehr. Bei Müller. Und dann hat er gemeint, nö. Hau ab. Dann hab ich gemeint, ja gut, dann tschüss. Da war er sauer. Beste Größe. Ach Gott. Was? Ich kann ihm das nicht sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen grausam. Ich kann ihm nicht sagen, dass sein Sohn gestorben ist. Also, dass ich geholfen habe. Ist ja auch irrelevant. Oh Mann. Armer Father. Ja, wahrscheinlich wird das nie rauskommen, weil keiner weiß, wo die Höhle ist, oder? Sind sie aber wie viele Wachen jetzt? Waren hier vorher schon so viele Wachen? Weiß ich gar nicht mehr. Hat sich ein bisschen was getan. Da bin ich gleich viel sicherer. Aber ich frag mich wirklich, kommt es irgendwann nochmal zum großen Krieg hier, zum großen Kampf? Und wir sind natürlich mittendrin, weil man gibt... Es gibt ja Bilder, ja? Können sie sich nicht mal abhängen, die armen Leute? Ich würde das... Auch wenn es Banditen sind, ist ja wurscht. One up und fertig. So, ich wollte wie gesagt nochmal in die Mühle gehen. Und nachsehen... Oh Gott, diese Straße ist so steil. Wäre mal vor, die müsste jeden Tag auf und runter. Das ist ein Dorf, das ist ein bisschen Wurst, Käse... Oh Gott, die können ja nach Sasau. Okay, dann. Oh Gott, Pferdchen. Ich will... Ich will nicht, dass mit Pferdchen was passiert. Nicht Pebbles. Alles nur nicht Pebbles. So, wie gesagt, hier muss irgendwo... Die Schatzkarte sein in dem Gebäude. Wir gehen mal gucken. Es gibt auch sogenannte Ancient Maps, aber die gibt es wohl leider nur für Vorbesteller. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, ich bin Vorbesteller. Hey, Heuerling. Ist da jemand? Nein, ist niemand. Warum seid ihr so paranoid? Der schimpft die ganze Zeit. Verdammt! Verdammt! Das ist schon mal gucken. Warum sag bloß, ich... Was habe ich gesagt? Da ist die Schatzkarte Nummer 1. Haha, wie gut. Ich habe sie schon. Warte mal. Hätte ich das ein bisschen cleverer gemacht. Okay, das scheint das Kloster in Sasau zu sein. Hätte ich euch fast da so einen kleinen Guide draus machen können, wie ihr die ganzen Karten findet. Aber ich meine, andererseits kann man sich selber ja auch zusammentragen. Gibt es ja wahrscheinlich online schon längst komplett Lösungen für. Trotzdem, ich habe das durch Tipps bekommen, immer mal wieder und ich bin da sehr dankbar drum. Also, Dankeschön, wenn ihr mir so Sachen schreibt in die Kommentare. Und nicht nur, wie toll ich reiten kann, ja. Das ist parallel zu LNOA, wo ich immer so für meine Fahrkünste gelobt wurde, ja. Das finde ich ja sehr nett. Weil ich so gut gefahren bin. Ich war ein Musterfahrer. Gebe ich einen Musterreiter. Im Prinzip. Oh, warte. Was ist da so interessant? Ist irgendwas abgefackelt. Bin ich auch voll interessant. Man sieht das leider gar nicht so wirklich auf der Karte, oder? Es ist auch sehr doof mit dem Reinzoomen. Man müsste noch ein bisschen mehr, finde ich. Und du? Ich sehe das nicht. Ich müsste jetzt eigentlich genau draufstehen. Vielleicht ist hier sogar wieder mal ein Schatz. Wer weiß. Wie interessanten Orte. Nee, ne? Nee. Das ganze Holz hier. Als hätte da jemand was vor. Nee. Ich habe da noch andere Karten. Ich guck mal ganz kurz rein. Die 5. Teilenberg. Nee, das wird sie nicht sein. Die 17 ist bei Ron. Rövna. Das ist bei Scarlet. Scarlet. Genau. Das war es wohl nicht. Weil, dass man die nicht auf der Minimap sieht, diese interessanten Orte, dann könnte ich das genau ausmachen, wo die sind. Aber jetzt alles absuchen will ich ehrlich gesagt auch nicht. rede ich nicht, ich nicht, ich nicht, mich, nicht, 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 so, man kriegt so ein bisschen Klappermaul, wenn man, wenn man nur redet, wird ein bisschen faul in der Ausdrucksweise, ich weiß nicht, kennt ihr das? Vielleicht müsst ihr ja selber ganz viel reden. Oh nein, nicht durchs tiefe Wasser, wir können nicht schwimmen. Heinrich, ich kann nicht schwimmen. Oh nein, bitte. Oh Gott, Pferdchen, du bist mein Lebensretter. Pebbles, ich würde es gerne umbenennen, wirklich. Okay, hatte ich da nicht beim Kloster irgendwo einen Übergang? Ach ja, guck mal. Alles klar, wie gesagt, ich habe mir Notizen gemacht, ich schaue mal ganz kurz rein gleich. Es gibt auch eine Karte, die ist leider in einem recht verbotenen, also das Recht in einem verbotenen Bereich, mal sehen. Und es gibt noch ein paar Händler hier im Kloster, vielleicht will ich da auch noch was. So, warte mal. Warte mal. Wow, hier gibt es noch ganz viele Aufgaben. So. Mal da, Mühle, Mühle. Ja. Miet. Okay, ja, das kennen wir alles. Da war nichts Außergewöhnliches, ne? Also Tavernen, ganz klar, kann ich abklappern für Aufgaben. Was für Wissenswertes. Oha, ich glaube, ich habe mir was vorgenommen, hier alles abzusuchen. Ich werde erstmal gewissern, dass hier auch keiner zu Hause ist, nicht, dass ich Ärger kriege, wenn ich jetzt ein paar Kisten durchsuche. Ja, sehr neugierig. Also nicht, dass ich was klauen möchte, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, doch nicht vom Kloster hier. Ja. Ja, siehste, alles uninteressant. Die Karten liegen ja manchmal einfach so irgendwo, beziehungsweise liegen ja nicht immer irgendwo oben drauf, glaube ich, oder? Das ist alles kein Diebstät. Zumindest das Öffnen ist nicht verboten. Also ich darf mich hier ruhig umsehen, oder wie? Wenn ich irgendwo eine Karte sehe, dann schreit bitte laut, wenn ich dann nochmal jetzt hier vorbeilaufe und das jetzt nicht beim zweiten Mal entdecke, oder so. Schreit es gerne raus. Aber bitte nicht kapseln. Das ist Spam. Wie schnell das geht mittlerweile. Äh, nee, komm. Ich glaube, keine Groschen von den Priestern hier. Nicht, wenn es nicht genug ist, dass es lohnt, meine ich. Ja, auch kein Chorknabe, ne? Aber die Karten gelten wohl offensichtlich nicht als Diebstahl, glaube ich. Nee, ist auch nix. Aber schön, dass die hier Besseres zu tun haben, als die ganzen Tage in der Bude zu hocken, wie die anderen alle. Uh, ja bitte. Was? Das hat mir eben so ein, so ein Blatt Papier. Ich denke jetzt, dass ich was Böses gemacht habe. Eine Anzeige oder so. Kommt da mit dem Brief. Staatsanwaltschaft, Sasau. Uh, hier gibt es noch ein bisschen. Oh nein. Es ist schon irgendwie eindrucksvoll, oder? Ja, wie gesagt, ich will jetzt hier keine großartigen Quest anfangen. Keine Sorge, also nicht, dass ihr denkt, so, ja, jetzt springt er hier und springt da. Ist der Türsteher, ne? Der Bruder Pförtner, der heißt so, deswegen haben sie ihn zum Pförtner gemacht. Trifft sich. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Ja, ich möchte aber gerne. Ich darf nur nicht scheinbar. Schade. Wie komme ich jetzt hier rein? Auch wenn nicht, dann lassen wir das einfach. Komme ich hier ein andermal her? Ja, weil anscheinend führt mich irgendwann sowieso eine Quest hier rein und dann ist das... Ich will mich jetzt nicht mit Gewalt, ihr wisst schon, ne? 15% langsamer ab. Das ist gut. Oh, die Klingel, die ich geschliffen habe, verursacht Blutung. Also die Chance ist höher. Mehr Schaden bei Ausrüstung. Das ist so gut. Eigentlich ist alles gut bei Reparatur, finde ich. Na gut, Blutung ist immer so eine Sache, weil ich jetzt nicht, dass die sterben und ich hack ein bisschen drauf rum und dann am Ende sterben sie doch. Deswegen nehme ich erstmal gut gepflegt. Lesen. Wissbegierig. Ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Du hältst einen Bonus von zwei Punkten auf Redekunst, wenn du versuchst Wachen zu überzeugen. Und die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Alles mit dem Fresco ist mir eigentlich wurscht. Ich würde sagen, wir nehmen den Magistrat, weil Wachen überzeugen ist, glaube ich, immer ganz gut. So, was haben wir noch? Wir haben irgendwo noch einen Punkt. Trink. Ja, trinken. Ne, kürzeste allein. Geh mal alleine trinken. Fehlertechnik verwirren. Jagdschwert, Kurzschwertjagd brauche ich nicht. Langschwert. Der Schnitt ist eines der sogenannten drei Wunder der Kampfkünste. Er besiegt einen Gegner zwar nicht unbedingt, aber macht es ihm schwer, den Kampf fortzusetzen. Oder das Naben Nabenma Nabenmama Zornhau Okay. Ich würde sagen, wir nehmen die drei Wunder Handgelenktechnik. Also links, unten, rechts und dann zweimal stechen. Stechen ist immer ganz gut, das mache ich eigentlich sehr oft sogar. Oh, guck mal, wir haben schon fast alles frei. Wer ist David Dorfheld? Ja, das ist genau das, was ich jetzt wieder nicht so mag. Man muss sich halt spezialisieren und kann ja die anderen nicht mehr nutzen. Du bist ansehnlich und charismatisch, gehörst aber nicht gerade zu den Stärksten. Nein. Na. Gelehrter. Nee, warum soll ich immer irgendwas Minus haben, wenn ich alles Plus haben kann? Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal wieder erste Hilfe. Ja. Weil es hat ja in den Quest schon ein paar Mal geholfen. Und bei Stärke nehmen wir Packesel 2. Okay, 20 mehr Pfund. Ich glaube, ich muss die Mod echt mal langsam oder... Ja, ich muss die Mod wirklich entfernen. Empfernen. Oh, Aussage genutzt wird nicht verlangt. Äh. Ja. Agilität haben wir auch noch. Ist so gut. Ich krieg mittlerweile alles. Seine Ausgriff verbrochen, 30% weniger Ausdauerversuche noch... Nein. Kein weniger Schaden. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf 50% leichter, Angriffen auszuweichen. Das nehmen wir. Auch wenn ich eigentlich jetzt immer mit Platte rumrenne. So. Auffälligkeit ist halt auch nicht gerade. Das Trinkfestigkeit... Ich verstehe halt nicht, was... Hm. Ach, komm, ich nehme Säufer. Ach, ich bin kein Säufer. Aber jetzt habe ich schon wieder... Okay, ich habe wieder so einen Buff... So einen Debuff bekommen, leider. Jetzt will ich saufen gerade. Wer bist du denn? Du bist nicht wichtig. Ich wollte nämlich noch ganz kurz in die Stadt... Ich wollte nämlich immer den Schmied, genau. Ich habe euch ja... Ich habe den Schmied mit seinen Fischtitten, da habt ihr ja mitbekommen. Ja, ja. Hier sollte ich nämlich für den einen Schmied... In... Dingens hier, ihr wisst schon. Ja, genau da. Da sollte ich nämlich mal nachsehen, denn er verhext angeblich seine Waffen... Und seine Rüstungen, dass sie... Viel länger halten. Was ich jetzt ehrlich gesagt für Humbug halte. Aber der Mann will das gerne erkundet haben und deswegen mache ich das. So, da war es. Da ist er. Und ich soll natürlich nichts verraten, weil das wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich jetzt schon hier sage, dass wir ihn beobachten sollen. Da bist du. Ich rede einfach mal mit ihm. Vielleicht übt er auch nur Gedichte. Glück und Gesundheit. Genau. Um einfach die Konzentration zu bewahren. Es heißt, du wärst der beste Schmied in der Gegend. Metall, das du härtest, bricht nie. Pah! Alt-Weiber-Geschichten. Natürlich sind wir schon Stücke zerbrochen. Aber immer nur in der Schmiede. Du musstest noch nie etwas noch einmal überarbeiten? Könnt mich nicht entsinnen. Aber kann mir ja kaum alles merken. Nicht schlecht. Ich verstehe. Ich erinnere mich. Vater brachte das Eisen stets auf Rotglut, kurz bevor es sich hellgelb verfärbte. Die Esse rauschte, sachte, glühte. Und dann zischte das Wasser. Uns stand auch der Schweiß auf der Stirn. Gut gesagt. Ich mach's etwas anders. Ich heiz den Metall ein, bis es zwei, drei Nuancen vor hellgelb glüht. Dann lass ich den Blasebalg in Ruhe und ein Vaterunser und ein Ave Maria später geht's ab ins Wasser. Es ist ein seltsames Gefühl, zu wissen, dass ich ihn nie mehr zur Hand gehen werde. Unsere Esse bleibt für immer kalt. Außer ich ergreife das Handwerk. Es wäre eine Schande, wenn nicht, mein Junge. Mit dem Eisen zu arbeiten, ist der Mühe wert. Gottgefällig. Es erleichtert den Leuten das Leben und, seien wir ehrlich, es ist einträglich. Und das ist alles? Mehr machst du damit nicht? Kommt drauf an. Ich erhitze es danach nochmal, aber nicht bis zur Glut. Ich halte es nur ein Weilchen am Rand der Esse, so etwa. Und dann schrecke ich es nochmal ab. Du schreckst zweimal ab? Ja, obwohl man beim zweiten Mal nicht so lange abschrecken muss. Das Metall wird ja nicht so heiß. Und was genau passiert dabei? Keine Ahnung. War blanker Zufall. Musste dringend pissen. Und hab den Rohling neben der Esse vergessen. So hab ich rausgekriegt, dass er härter wird, wenn du doppelt abschreckst. Weiß nicht weshalb, aber hab's oft genug ausprobiert, um zu wissen, dass es klappt. Interessant. Ich sag jetzt nichts von der Hexerei, das ist doof. Ich würde dich gerne etwas zum Vorgang der Härtung fragen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Du brauchst das richtige Augenmaß und eine Esse. Reden wir nicht mehr übers Härten. Ja, warum nicht? Ich meine, das hört sich sehr schlüssig an. Da gibt's auch dieses doppelt... Da gibt's auch diese gehärteten Nägel. Die kann man so gut wie gar nicht durchknipsen mit einer Zange, auch wenn sie ganz dünn sind. Ah nein, die muss ich auf jeden Fall reparieren lassen. Ach Gott. Warum kann ich so schlecht reparieren hier die Dinger? Jetzt mal Zeit, dass ich ein bisschen besser werde. Äh, hab nichts. Gut, dann lass ich den mal reparieren, den Kerl. Und dann haben wir ja schon was verwolten. Das ist keine Hexerei, das ist einfach nur Handwerkskunst. Ach du eh, dann wie viel kostet das? 281. Mein Freund, bist du wahnsinnig. Du machst mich hier arm. Ich will hier ja noch meine 3900 Kronen, wenn es so weiter geht. Sind wir uns einig? Ich will nicht mehr. Mehr. Ich will mehr. 375, okay. Das ist auch schon sehr teuer. Wie schnell das aber auch kaputt geht, mein ganzer Kram, oder? Ist die Frage. Ich weiß, dass hier irgendwo noch eine sein muss. Vielleicht hier? Eine Schatzkarte meine ich jetzt übrigens. Aber ich weiß nicht genau wo. Ja, ist alles gut. Muss man mal ein Schwert ganz kurz ein bisschen sauber kriegen. Ist er da nicht so wirklich? Wahrscheinlich habe ich es sogar ein bisschen kaputt gemacht, wie ich mich kenne. Ja, ein bisschen. Das macht ja nichts. Schmiedeset. Hier ist immer noch Punkten, die ich dazu bekomme auf die Reparatur. Also je nachdem, wie kaputt das Gegenstand ist, den ich da verbessere. Das wäre mir interessant. So, warte mal, wo wollte ich denn jetzt genau hin, ist die Frage. Ich wollte irgendwo noch zum Handwerk, aber genau, ich wollte vielleicht noch hier an den Pranger, genau. Ich wollte dem Armin letztes Mal was zu essen bringen, beziehungsweise zu trinken, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, das ist eine Straftat. Und da gibt es Ärger, was es wahrscheinlich auch ist, wirklich. Ja, Mann. Guten Tag. Hast du bestimmt ein paar Gerüchte. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaube ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und das ist noch nicht alles. Sicher braucht ein Scarletzer Volk am meisten Hilfe. Ein paar von denen hocken im Kloster. Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Finger wund und kümmert sich dort um die Verletzten. Hier kämen barmherziger Samariter sicher mehr als recht. Mehr fällt mir nicht ein. Oh, alles klar. Das reicht ja schon. Gibt es hier in der Gegend... Ah, wollte ich gar nicht sagen, das hier. Ich wollte Tschüss sagen. Joa, wieder so zwei kleine Aufgaben. Die sich wahrscheinlich dann gar nicht so als kleine herausstellen. Ist der immer noch am Pranger? Ah ne, alles gut. Wahrscheinlich ist er schon tot. Dann ist er nicht so wichtig gewesen. Oh, sie hat noch was zu... Ja. Du bist Scharlatan. Ich hab von dir gehört. Ha! Ich kenne dich. Von irgendwoher. Hm. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Ja. Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum? Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Oh, dann hab ich also Glück. Im Gegenteil. Ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Äh. Heinrich. Heinrich. Hm. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich. Bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Hm. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Was? Warum hat das gerade gepiepst? Entschuldigung. Bitte was? Ich hab's jetzt übersprungen, weil das Piepsten wollte ich nicht länger. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Hat er jetzt etwa ganz böse Sachen gesagt? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich, ich bin ein bescheidener, ärmlicher, kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler. Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie. Habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Oh, schon wieder? Warum? Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut. Womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Das wäre gelogen, das erste. Das wisst ihr. Habe fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des Heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel. So viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Okay, das dritte habe ich. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Äh. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Ja, ist gar nicht so schwer, oder? Wahrscheinlich. Aber ist das nicht Betrug? Oh nein. Ach komm schon, warum? Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg's dir vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Hm, ist klar. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Ich will da piepen. Äh, er hat es mir in der Schenkel gesagt. Aber das ist unwichtig. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Hm, ich glaube, ich könnte wissen, wo ein Haus ist. Wir haben ja auf der anderen Flussseite eins. Also gut, ich hole ihn. Ich hätte jetzt vielleicht noch mal fragen sollen, aber egal. Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Warum eine Katzenpfote? Eine Katzenpfote? Boah. Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Äh, dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Ach, die arme Katze. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht. Aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Also beklauen oder gewinnen im Spiel? Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Warum Spiegel? Okay. Also, was hat eine Alraunenwurzel? Gepflückt unter der Richtstätte. Wenn man sie zwei Monate lang am Busen trägt, hat es die Unfruchtbarkeit. Ja, ist klar. Französische Altarkerze. Eine Altarkerze aus Frankreich von göttlicher Hult erfüllt. Agebotten Wein. Oh nein, ist ein Hund. Wein aus Trauben und einem Rosenstrauch. Schmeckt wunderbar und ist dazu noch gesund. Das pulverisierte Horn halt die nachlastende Männlichkeit. Ja, ja. Knochen des heiligen Thomas. Ein Pulver aus den Knochen des kleinen Fingers vom heiligen Thomas. Bewahrt vor Zerstreuung und vernebelter Sicht. Kristall aus dem Kiffhäuser. Ein seltener Kristall aus den Tiefen des Berges Kiffhäuser in Deutschland. Schützt vor bösen Mächten, dunklen Zaubern und Albträumen. Oh, Mythen der Rhetorik. Redekunst. Gut, nehmen wir mit. Salz der Madonna. Die Schatzkarte 20. Salz aus den blutigen Tränen der Madonna von St. Jakob. Reinigt die Luft von allen Krankheiten. Ist klar. Gut, die Schatzkarte nehmen wir mit. Das Urim und Tumim. Die machtvollen Steine Urim und Tumim, welche die jüdischen Weisen des Altertums für Prophezeiungen nutzten. Ja, ist so klar. Das sind die Originalen natürlich. Alles Original. Komm, wie dreckig ich schon wieder bin. Ich habe mich erst gewaschen letztes Mal. Es ist so furchtbar. Ach Gott, ich will immer so hübsch und ordentlich aussehen, dann bin ich hier voll der Dreck spaziertes Mal wieder. Oh, coole Sache. Jetzt muss ich mir gleich mal die Schatzkarte ansehen. Die Nummer 20 und abschleichen, ganz wichtig. Oh, das ist bei Scarlet schon wieder. Schon wieder bei Scarlet. So, 20 ist weg. Warum schon wieder? Wie oft alt was bei Scarlet versteckt ist. Gut. Wollte ich eigentlich nochmal zum Rüstungshenter? Ich weiß es nicht. Nö, muss ich jetzt wirklich nicht unbedingt. Aber ich wollte vielleicht noch Bescheid. Komm, nochmal. Deswegen ist noch das letzte Amtshandlung, würde ich sagen. Und zwar die Plünderer. Bernhard, soll ich Bescheid geben? Ob man Bernhard. Obwohl, das ist jetzt echt schon ein Stückchen weg. Aber ich könnte gleichzeitig noch hier unten vielleicht die Schatzkarte mal klauen. Und hier noch die Urkunde. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr stehlen. Und Heimlichkeit können. Gibt es hier nicht noch was zu tun, soweit? Ich könnte ja vielleicht erst nochmal ganz kurz an das Haus hier hochreiten. Und sehen, ob es da... Du tauchst immer im toten Winkel auf. Das ist unglaublich, dieses Pferd. Und dem sollte ich mir Heimlichkeit beibringen lassen. Und hier wäre noch eine Aufgabe. Ja. Komm, hier hole ich mir auch gleich. Nee. Nee, komm, ich will sowieso nochmal nach Sasa. Wenn ich das jetzt machen, habe ich wieder tausende Quests. Und ich weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Weil wie gesagt, hier oben nämlich ist so ein... Ich weiß nicht, ob es ein Rohbau ist, aber... Oder nur ein Unterstand für Heu. Habe ich ja letztes Mal schon bemerkt. War vor ein paar Parts, als ich in Sasa war. Ja, diese Hütte meine ich. Jetzt ist es ja so ein neues Haus. Da hängt immer noch der Baum vom Richtfest dran. Nee, sieht aber echt nicht neu aus, oder? Nee, kann nicht sein. Wo haben wir es denn? Ferserschmied, mach das mal weg. Kostbildige Schlägerei. Ferserschmied. Genau, Ledeckow muss ich... Irgendwie noch nach Ledeckow und sagt das... Wunder dieser Welt. Ja, genau. Oh, oh, das ist alles hier. Interessant. Da ist der Zahn. Oh Gott, da ist der Zweig. Na, Halleluja. Na gut, weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe überhaupt. Ob ich nicht wieder überfallen werde, sondern Quatsch. So, dann fehlt... Hey, krass. Ich habe 25 Schatzkarten insgesamt. Ich habe... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Die Hälfte habe ich schon fast. Also ich habe die Hälfte gesammelt, nicht gefunden, aber... Zwölf haben wir. Zwölf haben wir schon gefunden. Das ist richtig gut. Und ihr wisst genau, dass ich auch sowas anlege, dass ich die vollständig habe und die ganze Schätze. Alleine schon die Waffen, die es da gibt, oder die Rüstung, die ich jetzt bekommen habe, den Hanisch, das ist so gut. Anderorts müsste ich wahrscheinlich richtig Geld dafür ausgeben. Deswegen eigentlich ursprünglich nochmal zum Rüstungsschmied wollte, wie es mir eingefallen ist jetzt, aber irgendwie hat sich das jetzt erledigt. Guten Tag. Weil ich ja einen richtig guten Hanisch gefunden habe letztes Mal. Meister Schmied, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man in Sasau das Eisen härtet. Und? Was hast du rausbekommen? Ach, ich habe mir gar nicht den Reimer angehört. Spann mich mit auf die Folter, raus damit! Er macht es rot. Drei Schritte vor der Gelbglut hört er auf, es anzufachen, spricht dein Vaterunser und schreckt es ab. Teufel, so mache ich es doch auch. Bloß, dass ich dabei nur zähle. Ich teile dir nur mit, was ich herausbekommen habe. Mag sein, aber irgendwas muss er schließlich anders machen. Wenn er sogar genauso abschreckt wie ich. Hm. Ja. Er sagt, er härte zweimal nacheinander. Aber beim zweiten Mal erwärmt er das Eisen nur. Keine Glut. Zweimal nacheinander härten? Was soll das taugen? Er meint, es wäre einmal durch Zufall passiert. Da hätte er gemerkt, dass alles härter wird. Also macht er das jetzt immer. Naja, ein Versuch kann nicht schaden, oder? Bist du zufrieden? Du hast getan, warum ich gebeten habe. Also bin ich dir zu Diensten. Hier ist noch was für deine Mühen. Ach, dankeschön. Na siehst du, das war jetzt einfach keine schwere Quest. Das waren Hilden gehen, reden, woanders hin, reden und zurück und reden. Kann ich machen. Das ist nicht viel. So, gehen wir noch zu Bernhard. Vielleicht gibt es ja noch was zu tun. Diese Banditen, die sind ja auch wie so ein... Ach, wie so ein ungeziefer Hort. Alles weg. Alles weg. So, gerade mal brauche ich da noch was Gals. Die anderen Karten sind dann entweder alle in Sarsau. Da gibt es noch welche bei den Wanderern am Wegesrand natürlich immer. Die sind immer so ein bisschen zufällig. Ich glaube eine gibt es da noch. Wo ist Bernhard? Bernhard? Ach, kommt er da gerade? Ja, guck mal da. Ich könnte dich vielleicht fragen, ob er mal ein paar Tricks beibringt für andere Waffenarten, aber ich bin mit dem Schwert eigentlich soweit zufrieden. Gott sei mit dir. Dankeschön. Wie so nett sind sie mir auf einmal alle. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Hm, das höre ich gerne. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Lager. Es soll sich in der Nähe des Baches befinden, der bei Neuhof vorbeifließt. Alles klar. Ich sehe mir das an. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Boah, gibt es da viel Geld für? Nee, komm. Frage stellen wir später. So, das ist ja super. Es entwickelt sich alles sehr, sehr gut, Leute. Ich habe heute übrigens erst gehört von jemandem, der sagt, er hat schon über 90 Stunden. Und dann sind wir noch nicht durch. Das ist super. Also hat man echt viel zu tun hier, bevor man es dann durchspielen kann oder möchte. Und darum geht es mir auch. Ich werde es wahrscheinlich sehr, sehr lange genießen mit euch. Nur glaube ich, dass ich vielleicht auch irgendwann mal die Hauptquest jetzt hier angehe. Und dann kann ich ja immer noch dann sagen, also ich weiß zumindest, dass es nach der Hauptquest noch weiter geht. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie. Wer hat es Frau wahrscheinlich. Jetzt habt ihr mir ja schon verraten. So, das kann ich jetzt eigentlich alles schon. Ich kann schon sehr viele Sachen brauchen. Überlege gerade. Ich glaube, das mache ich dann aber irgendwie. Oh, Pferdchen. Mach ich dann ein andermal. Ich will nämlich jetzt erstmal unten den Schloss von Rateil. Ich fahre mich halt, wann kann ich schwere Schlösser knacken? Ich habe jetzt ja elf, wie gesagt. Kann ich es vielleicht mit elf schon mal versuchen. Weil ich habe ja schon ganz viele schwere Schlösser einfach so geknackt. Als wäre es nichts. So. Ich achte jetzt mal nicht drauf. Ich habe genug. Wer hat das Schnaps? Ich habe es. Wie gesagt, irgendwo soll hier noch eine Karte sein. Und zwar, ich sage euch, die... Äh, 15. Die 15 ist hier noch irgendwo, die Karte. Wahrscheinlich wird es aber nicht leicht, weil hier gibt es das wieder mit schweren Schlössern. Mit sehr schweren Schlössern. Ei, ei, ei. Oh. Oh, da ist ja direkt der Ausgang. Wegen Privatbereich. Was war das denn? Nix. Alles gut. Jetzt geh rein. Ich ziehe mal die ganze Rüstung aus, Leute. Was ihr mir gesagt habt. Warte mal, die dunklen Schuhe. Okay, kommt weg. Weg. Warte mal, die Kettenbeinlänge sind die besser als meine? Die sind ja viel besser als meine. Oh. Ich ziehe es nur mal an, dass ich so einen Überblick habe, dass ich... Watt, gewöhnliches Zaumzeug. Habe ich das in meinem Pferd hier nicht wieder angezogen? Aber warte, die Leise dreht. Da kann ich eigentlich anlassen. Läuft er gerade weg? Läuft's? Äh, nichts. Mit dem Pferd ist eigentlich auch ein bisschen... Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich mein Pferd ja beladen kann, ist das ein bisschen... Oh. Bisschen lächerlich eigentlich, weil... Ich kann einfach alles, was ich jetzt hier sammle, sofort dem Pferd zu stecken und dann wird mir nichts passieren, weil... Da seht ihr, zack. Dann mache ich das einfach so. Alles, was geklaut ist. Zack, Pferdchen. Zack, Pferdchen. Oh, was haben wir denn hier alles? Okay. Oh, kann ich? Nein, ist zu kompliziert. Das steht da nur, aber ich mein... Gut, Seeschwer ist immer noch nicht drin, glaube ich. Ach, Mann. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, mit dir auch. Ich hab nochmal geguckt, ja. Oh, hallo. Jaroslav. Was bist du denn, Jaroslav? Oh. Die Toiletten sind hier echt auf, ne? Ich wollte jetzt nicht unbedingt dabei gestört werden. Wer bist du denn? Mit dir hab ich ja gar nicht... Sehr gegrüßt. Das brauchst du. Ich weiß nicht. Wer bist du denn? Oh, ist egal. Anscheinend ist er nicht so wichtig. Na ja, ich vermute einfach mal, dass die Truhe da irgendwo, also unten die Truhe, da ist wahrscheinlich da die Schatzkarte auch drin, oder? Oh, Entschuldigung. Ach, ne. Na gut, Leute, ich würd sagen, das finden wir nächstes Mal raus. Ich werd mir noch ein paar Tränke brauen, jetzt in der Alchemiestube. Und dann schauen wir einfach mal, was so geschieht. Ich würd sagen, wir machen die Hauptquest weiter. In Mehehe jetzt. Danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten, Leute. Lasst mir gerne ein Däumchen da und wir sehen uns wieder zu Kingdom Come Deliverance, wenn ihr möchtet. Bis dann. Danke fürs Zusehen.